Was ich Ihnen heute hier präsentieren darf, ist in erster Linie eine Gelegenheit. Und zwar eine Gelegenheit, einen Jagdschluss in Payerbach zu erwerben, natürlich schon etwas älter, aber komplett saniert bzw. renoviert und im Bestzustand. Das heißt, neue Fenster, neue Böden. Der Charakter des Gebäudes wurde so weit wie möglich beibehalten. Das betrifft zum Beispiel die Innentüren und natürlich die Außenhülle. Aber ansonsten hätten Sie moderne Pur in klassischen Ambiente. Aber mehr dazu auf den nächsten Aufnahmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, eine unglaubliche Anzahl von Räumen erwartet sich hier auf diesem Anwesen fernab der 7000 Quadratmeter Grund rundherum, die gerade ja neu gestutzt wurden, wenn man das so sagen darf. Diesen Sinne könnten Sie hier entweder 5 oder 6 Schlafzimmer, Meratiers, Büros oder Wohnräume bzw. Salons anrichten, ganz wie es Ihnen gefällt. Wichtig für Sie, es ist alles modernisiert, steht gerade hier in der Küche. Auch diese ist natürlich neu gemacht worden. Und auch die Heizung ist mittelnagelneu und wird mit Pellets versorgt. Diesen Sinne darf ich Ihnen auf den weiteren Aufnahmen noch ein bisschen mehr vom Objekt zeigen. Wir haben ja auch noch einen dritten Stock. Und vor allem auch zur Lage ein paar Bödenaufnahmen beim Mengen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich darf mich doch bei Ihnen verabschieden und zwar im doppelten Sinne. Denn für die Vermittlung dieses Objekts zeigt sich meine geschätzte Kollegin Evelyn Kamper verantwortlich, die hier vor Ort ihr Vertriebsgebiet hat. Mein Name ist Reinhard Lembacher, bin von Raiffeisen Immobilien, war für die Aufbereitung zuständig. In diesem Sinne freut sich Evelyn Kamper auf Ihre schriftliche Anfrage zu diesem außergewöhnlichen und exklusiven Objekt, um es Ihnen in Payerbach quasi unweit des Schneebergs zeigen zu können. Mir bleibt jetzt noch Tschüss zu sagen, beziehungsweise auf Wiedersehen und Baba.